In der Pause wird Didi Konstantini mit uns wieder das Spiel analysieren, jetzt aber kurz noch zu unserem Kommentator. Der erinnert sich natürlich gerne an das Spiel vor 13 Jahren, an das Duell gegen den AC Turino, denn der FC Tirol war die letzte Mannschaft, die eine italienische Mannschaft aus dem UEFA Cup rauswerfen konnte. Ja, Manfred Gabriele, wer waren damals die Torschützen? Die Torschützen am Tivoli waren Hansi Mühler und Peter Parkholt. Zum einen, muss man sagen, war die Kommentatorposition im alten Stadion nicht so luxuriös wie die heutige in der neuen Arena, aber zum anderen zählen natürlich die Spiele gegen den AC Turino bis heute zu den Höhepunkten in der Vereinsgeschichte des FC Tirol. Das torlose 0 zu 0 auswärts war ausschließlich ein Verdienst von Torhüter Ivkovic. Die Stimmung beim Rückspiel war so unübertrefflich, dass sich sogar der große Ernst Happel davon anstecken ließ und in diesem Spiel sich spontan bereit erklärt, den angebotenen Trainerjob am Tivoli anzunehmen. Auf ähnliches hofft man heute beim FC Tirol auf eine ähnliche Stimmung, auf eine ähnliche kompakte Leistung der Mannschaft. Und der FC Tirol geht es mit folgender Aufstellung an. Mit 1, Czercesov im Tor, in der Abwehr Bauer mit 3, Knaus und Kogler. Im Mittelfeld von rechts Watzinger, ihm wird die Aufgabe treffen, gegen den pfeilschnellen Rossi das Talent zu spielen. Dann Anfang, Hörtnagel, Hörtnagel am ehesten jener Spieler, der die Kreise des großen Rui Costa einzuschränken haben wird. Und Rodant Kirchler und im Angriff Meier, Scharra und ganz vorne als Spitze Radoslav Gilewitz, der immer noch leicht angeschlagen ist. Aber man muss es riskieren und kann vielleicht nachher sagen. Wir haben alles probiert. AC Fiorentina spielt mit Toldo im Tor, mit der Viererabwehr, Torricelli, Adani, Pierini, Vanoli. Im Mittelfeld, Bressan, Di Livio, der defensivste Mann im Mittelfeld von Fiorentina. Rui Costa mit allen Freiheiten, vor allem mit der Aufgabe nach vorne die Spitzen zu managen. Und Rossi und vorne Leandro, der junge Brasilianer und der routinierte Chiesa. Die Stimmung war angesprochen, trachtig, tirolerisch, traditionell hat es begonnen. Und da kommen sie, angeführt von Schiedsrichter Jorge Corrado aus Portugal, einem 44-jährigen Bankangestellten. 15 Jahre hat er Erfahrung in der ersten portugiesischen Liga. Und AC Fiorentina, die Violetten, die Viola, sozusagen die Wiener Austria aus Italien. Die Pfeilchen in den weißen Dressen mit dem violetten Brustring und der FC Tirol im traditionellen Grün-Schwarz. Stimmung grandios, das Tivoli-Stadion fast ausverkauft. Nur der Fiorentina-Fansektor, da fehlen vielleicht 500, aber 15.000 sind es allemal, die hier ins Tivoli-Stadion gekommen sind. Anfangen. Dielewitz, verfolgt von Pierini. Dielewitz! Der Mitte ist Schara frei. Nach drei Minuten die erste große Möglichkeit für den FC Tirol. Und Conta da Fiorentina. Chiesa. Freistoß. Rui Costa, Chiesa. Costa. Ein Bombenfreistoß und da hat Churchesov Probleme. Markus Schara, Schütze eines historischen Tores. Den Siegestreffer gegen Rapida zielt. Das erste Tor im neuen Stadion. Und Marasek, Stefan Marasek, er fehlt natürlich dem Tirolern heute im zweiten Spiel, im Rückspiel gegen den FC Valencia. Mit Gelb-Rot ausgeschieden, frühzeitig ausgeschieden und heute gesperrt. Freistoß. Freistoß FC Tirol. Tirol. Goldo! scharer blitzartig gegen angriff der italiener und da bleiben sie stehen vermeintlich im abseits es wäre keines gewesen kogler anfangen kirklapp kirklapp die seite gewechselt ruhig kosta siert rossi glück für den fc tirol haut über den ball hat viel Platz, kann gehen Gilewitz Tor 29. Minute 1 zu 0 für den FC Tirol Torschütze Radoslav Gilewitz Schiedsrichter Jorge Corrado und sagt jubeln ist schön und recht, alles mit Maselzie. Gilewitz setzt sich durch, wird etwas abgedrängt, setzt den Ball dann halb hoch, Andolter vorbei, aufs Lange Ecke. Knapp vorbei. Gilewitz. Immer noch Gilewitz. Kirkler, Schala, Kirkler an den Pfosten. Der FC Tirol bleibt im Ballbesitz, Eckball. Gelbe Karte. Für die Handabwehr und Elfmeter. Elfmeter FC Tirol. In der 46. Minute. Und jetzt muss der Michael Bauer die Nerven bewahren. Jetzt darf er nicht zurückdenken, wie Hollands Nationalteamspieler reinweise an diesen Francesco Toldo gescheitert sind bei der Europameisterschaft. Michael Bauer. Und bezwingt Toldo. Michael Bauer 2 zu 0. In der Nachspielzeit. Wer hätte das gedacht? Gilewitz. Gilewitz. Ganz alleine. Gilewitz. Tor. Fünfzigste Minute. Da ist Gilewitz. Da ist Gilewitz. Schiebt den Ball seelenruhig. Antoldo vorbei. Der Pass ideal. Meier. Tor. Miatovic. Petra Miatovic. 54. Minute, ein Tor aufgeholt. Ljatovic. Francesco Toldo, drei Tore hat er kassiert. Wird eher das seltenere Fall sein. Torricelli und Czercesov. Ljatovic. Und der Ball ist aus dem Gefahrenbereich. Gilewicz. Gleisaufgabe von Gilewicz. Das Tor zählt nicht. Wütende Proteste der Tiroler, auf allem von Kurt Jarra. Abseitsentscheidung von Schiedsrichterassistent. Schiedsrichterassistent zu ihm auf der anderen Seite. Von Grafa Borges. Sie haben seine Gefährlichkeit, seine Bissigkeit. Erfahren Griff Hans Leiberl, das wäre an sich Geld. Pszczek. Jerzy Pszczek. Hörtnagel. Hörtnagel. Glieder. Schiener. Andreas Schiener. Die Nachspielzeit, auch sie wäre bereits vorbei. Nochmals Fiorentina. Tschercesov. Tschercesov. Weiter Abschlag. Jetzt dauert die Nachspielzeit bereits vier Minuten. Tschercesov mit seiner Grand Start. Schwer zu bending der Ball. Gilewitz. Gilewitz. Und jetzt, da Gilewitz allein gegangen wäre, da beendet Schiedsrichter Jorge Corrado das Spiel. Mit einer Glanzleistung, die man dem FC Tirol nur von wenigen zugebilligt zugetraut hätte, schlägt der FC Tirol den AC Fiorentina mit 3 zu 1. Die Torschützen für den FC Tirol. 29. Minute, 1 zu 0 Gilewitz. 47. Minute, 2 zu 0 aus einem Elfmeter der Kapitän Michael Bauer. 50. Minute, 3 zu 0, wieder Radoslav Gilewitz. Und 54. Minute, der kurz zuvor ins Spiel gekommene Petrak Mjatovic betreibt Ergebnis Kosmetik. 3 zu 1 schlägt der FC Tirol. Den AC Fiorentina und unten die Fotografen am Spielfeld und da gibt es ein bisschen Diskussionen mit Schiedsrichter Jorge Corrado. Der blickt sich noch umso, als würde er sich für seinen Schiedsrichterbericht einen der Tiroler Spieler merken wollen. Schaut, was die Spieler machen und die Spieler, sie gehen hinunter an die Nordtribüne. Bedanken sich für eine unglaubliche Unterstützung, eine ebenfalls kaum erwartete Stimmung. Der Vergleich mit dem Spiel gegen AC Torino hinkt nicht. Damals sprang ein unglaublicher Funke von der Mannschaft aufs Publikum und vom Publikum zurück auf die Mannschaft. Und wütend jetzt die Anhänger beim Abgang des portugiesischen Schiedsrichter Trios. Genauso, Andreas Felber. Radoslav, herzliche Gratulation zu den 3-1-Sieg, zu den zwei Toren. Trotzdem, was war das Schwierige gegen diese Fiorentina? Ja gut, ich glaube, wir haben übrigens gesagt, die ganze Mannschaft sensationell gespielt und die Italiener waren ziemlich sicher vor dem Spiel und wir haben uns heute viel vorgenommen. Kompliment an die ganze Mannschaft und ein tolles Publikum. Ich glaube, wir haben verdient verloren. Gewundert, kurze Tage. Entschuldige. Ich glaube, wir haben die ganze Mannschaft, 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 die ganze Mannschaft. Das war's für heute.